Guten Morgen vom VeriWall-Team. Ich bin Leni und das ist Vicky und wir erklären euch heute, wie man Haferbrei zubereiten kann. Es gibt drei verschiedene Varianten Porridge zuzubereiten. Erstens mit der Mikrowelle, mit dem Wasserkocher oder auf dem Herd. Die einfachste Variante ist definitiv der Wasserkocher. Einfach 50 Gramm Porridge, das sind circa 6 Esslöffel, Porridge in eine Schüssel geben, mit Wasser übergießen und gut umrühren. Unser Geheimtipp dabei ist übrigens noch einen Schuss Milch oder Pflanzentrink hinzuzufügen, damit es nochmal extra cremig wird. Fast genauso schnell geht die Zubereitung übrigens in der Mikrowelle. Da musst du einfach nur die Porridge-Mischung mit kaltem Wasser, kalter Milch oder kaltem Pflanzentrink übergießen und für drei Minuten bei mittlerer Hitze in die Mikrowelle stellen. Unbedingt aber zwischendurch mal umrühren. Dann aus der Mikrowelle rausnehmen, kurz ziehen lassen und mit Toppings deiner Wahl anrichten. Die ursprüngliche Art Porridge zuzubereiten ist allerdings am Herd. Einfach den Porridge gemeinsam mit Wasser, Milch oder Pflanzentrink kurz aufkochen lassen und dann den Herd auch schon wieder abdrehen. Auch hierbei ist es super wichtig, den Porridge gut umzurühren, solange bis er cremig ist bzw. bis er die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Auch den Porridge kann man dann mit Toppings verfeinern. Lasst es euch schmecken!